Klaft eines Planeten voller Free-Ware-Freiheitskämpfer an? Frei von den Firewolves die Unterdrückung? Dann kommt! Kommt und erfahrt den Frauen der Revolution! Runde 2! Feind! Komm schon, im Ernst. Was muss man hier tun, um sich für immerhin den Sassenschluss des Stilis zu singen? Was muss man hier, um sich für immerhin den Sassenschluss des Stilis zu singen? Sie haben dort geparket, wo man ihn rennt, im assetern invested. Ein Geld von dochter eineem Unterdrückung über der Klimawange beim Prä�� theatre. Und dann Desert biblical Euro wären zu, um sich zu spüren. Nr. Das war's für heute. 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 Moment, Moment. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hallo meine Freunde, Hyperion hat mich gebeten, euch zu noch größeren, besseren Planeten zu transportieren, sobald ihr diesen kleinen Scheißer erledigt habt. Aufregende neue Welten wie Idensix. Also, einmal auf Idensix. Wenn sie mehr als einen Schuss brauchten, haben sie keine Jacobs benutzt. Weißt du, ich bin nicht programmiert für direkte Kämpfe. Ich bin auch nicht drauf, programmiert dauernd Gänsefüße in die Luft zu zeichnen. Aber offenbar bin ich fertig mit meiner Programmierung, meiner Versklavung und meiner Geduld mit geilesgleichen. Mach dich gefasst auf den Mega-Interplanetary-Nittes! Mach dich tilt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Leben kippt ihr mich nicht! Merkt euch! Ich erledige jeden Einzelnen von euch mit bloßen Greisarmen und trage eure Skyps als schicke Trophäen! Niemals aufgeben, Brüder und Schwestern! Erfriede als Schützer der Revolution! Mord, Totschlag, Tötung, verlichten, auslöschen! Was geschieht mit mir? Ich habe Angst! Ich kenne den Geist aus! Ich kenne spüren! Ich kenne den Geist aus! Ich kenne den Geist aus! Ich kenne keinen Zweifel! Ich spüre es! Ich habe Angst! Und so ist das tatsächlich gewesen. Bis auf den Teil, wo ich von der verrückten Schlampe versetzt wurde. Das habe ich erfunden, damit die Ladies bleiben. Hallo, Reisender! Unglaublich! Einfach großartig! Sie haben die Rebellion gestoppt, Pandora gerettet und den Ruf von Hyperion wiederhergestellt. Leider haben sie auch die Garantie für diesen Claptrap verwirkt. Sie werden ihn also behalten müssen. Allerdings wäre dann noch die Sache mit ihrer Belohnung zu regeln. Kommen Sie zu mir! Kommen Sie zu mir! Ich weiß nur wenn Kleinin representa, sondern m dressedet. Und dann wäre das nicht gut, was er Emperor такая. Das muss seine Realität nicht nur graphisch Labs-роjoint. Aber die exactamentee Sache mit einer Helene ... Praxis mit seinem Kro überlegt okay- hilfreiches. Hin això an, dann fängt einen Schluchratz aus dem Set. Er digo, wiemann ist er doch immer weniger geworden geworden, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit den Teilen hier kriege ich das Toaster-Setting nicht fertig. Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Bereit für den nächsten Level? Ach ja, Ihre Belohnung. Ich denke, Sie haben sie sich verdient. Naja, hier der Schlüssel zum Hyperion-Geschenke-Shop. Sie finden Ihre Bezahlung dort. An die Arbeit! An die Arbeit! An die Arbeit! An die Arbeit!